Neil deGrasse Tyson, ein leuchtender Stern in der Welt der Astrophysik, entfaltete in seinem faszinierenden Vortrag unerwartet ein faszinierendes Bild des Universums. Vor dem Hintergrund der Stille und einer unglaublich spannenden Intrige verkündete er eine Entdeckung, die den üblichen Rahmen unseres Verständnisses des Kosmos sprengt. Unter seiner geschickten Leitung hat das Webb-Teleskop, das auf die Tiefen des unbekannten Weltraums gerichtet ist, Anklänge an unvorstellbare Entdeckungen eingefangen. Was hat dieses einzigartige Teleskop entdeckt? Seltsame Pulsationen in schwarzen Löchern, die wie ein im Innersten des Weltraums verschlüsselter Code an geheimnisvolle Tore zu früheren Welten erinnerten. Ein fantastisches Szenario begann sich in den Köpfen der Zuhörer zu entfalten. Und faszinierende Illusionen von Raum und Zeit begannen sich im Strudel der Forschung aufzulösen. Tyson, der kühn die Grenze zwischen Wissenschaft und Fantasie überschreitet, behauptet, dass die entdeckten schwarzen Löcher zu dem früheren Universum gehören, das zu jenem unglaublichen Labyrinth wurde, in dem seltsame physikalische Gesetze geschaffen wurden. Sie seien die Architekten unserer Existenz, die die Durchgänge zu unserer Welt durch dunkle kosmische Korridore entworfen haben. Diese Entdeckung, die aus fantastischer Vorstellungskraft und wissenschaftlichen Mutmaßungen entstanden ist, stellt eine neue Ära der Weltraumforschung dar. Sie hat den Betrachter in einen Schleier des Geheimnisses gehüllt und die Forscher in Ohnmacht fallen lassen, weil sie das Geheimnis dieser kosmischen Verbindung zwischen den Welten lüften wollten. Dennoch müssen solche faszinierenden Entdeckungen immer durch die Augen der wissenschaftlichen Stränge gehen, und diese Spirale fantastischer Geschichten könnte ein neuer Schritt zum Verständnis der Tiefen des Universums und unseres Platzes darin sein. Die Hoffnung der Forscher liegt darin, dass diese Entdeckung den Vorhang für neue Facetten der kosmischen Geheimnisse lüftet und die Tür zu den Ehrfurcht gebietenden Realitäten des Kosmos öffnet. Jüngste wissenschaftliche Fortschritte, insbesondere bei der Erforschung schwarzer Löcher, eröffnen neue Perspektiven für das Verständnis der Geheimnisse des Kosmos. Astrophysiker sind fasziniert von diesen geheimnisvollen Gebilden, die bisher unverständlich schienen. Sie stellen eine unerschöpfliche Quelle des Wissens über die grundlegenden Gesetze des Universums dar. In diesem Moment teilte Neil deGrasse Tyson, der für seine faszinierenden wissenschaftlichen Ansätze bekannt ist, die aufregende Information mit, dass das Webb-Teleskop etwas Einzigartiges entdeckt hat. Schwarze Löcher, die vermutlich aus einem früheren Universum stammen. Diese Entdeckung, die eine epochale Neuheit darstellt, hat eine tiefgreifende wissenschaftliche Debatte ausgelöst und die Wissenschaftler dazu gezwungen, akzeptierte Vorstellungen über den möglichen Einfluss vergangener Universen auf unsere eigene Existenz zu überdenken. Die vermutete Verbindung zwischen den schwarzen Löchern des früheren Universums und dem Ursprung unseres Kosmos, hat neue Horizonte für die Erforschung kosmischer Geheimnisse eröffnet. Die Fantasie der Wissenschaftler, beflügelt durch diese wichtige Entdeckung, begann, kühne Hypothesen über mögliche interdimensionale Wechselwirkungen und Übergänge aufzustellen, die den Lauf der Weltgeschichte verändern. Es ist interessant, dass um diese Entdeckung eine hitzige Debatte in der wissenschaftlichen Gemeinschaft entbrannt ist. Diese Entdeckung hat die Wissenschaftler dazu veranlasst, tiefere Aspekte vergangener und zukünftiger Universen zu erforschen, was zu einem neuen Verständnis der grundlegenden Gesetze des Kosmos und ihrer möglichen Auswirkungen auf unsere Welt geführt hat. Die Frage nach der Natur schwarzer Löcher und ihren möglichen Verbindungen zu vergangenen Universen hat das Interesse an grundlegenden Fragen der Kosmologie angefacht und die Wissenschaftler dazu inspiriert, nach neuen Facetten des Wissens über die Entwicklung des Universums zu suchen. Niels de Grasse Tyson ist ein wahrer Weltraumforscher und Pädagoge, dessen Worte die Kraft haben, die Gemüter und die Vorstellungskraft zu erobern. Seine Behauptungen über schwarze Löcher, die in vergangenen Dimensionen entstanden sind, sollen die Geschichte des Universums neu schreiben. Diese Behauptung hat einen Sturm der Fantasie und Fragen ausgelöst und Wissenschaftler in einen Zustand wissenschaftlicher Ekstase versetzt. Tyson behauptet, dass schwarze Löcher aus einem früheren Universum als eine Art Spiegel für die Entstehung unseres Kosmos dienten. Diese Theorie, die eine Offenbarung auf dem Gebiet der Astrophysik darstellt, hat die Wissenschaftler zu geradezu fantastischen Spekulationen angeregt. Sie machen sich Gedanken über Verschiebungen in der Raumzeit und mögliche Portale zwischen verschiedenen kosmischen Dimensionen. Tyson, ein fortgeschrittener Wissenschaftler, argumentiert, dass schwarze Löcher nicht nur als vernichtende Kräfte, sondern auch als grundlegende Quelle für die Entstehung neuer Universen gedient haben könnten. Seine fantastischen Theorien haben eine lebhafte Debatte ausgelöst und die Aufmerksamkeit auf Themen gelenkt, die über das gewöhnliche Verständnis hinausgehen. Obwohl viele in der wissenschaftlichen Gemeinschaft diese Behauptungen mit Vorsicht betrachten, eröffnen Tysons Behauptungen neue Perspektiven für die Erforschung des Weltraums. Sie drängen die Geister, ungewöhnliche Lösungen zu finden und ermutigen die Wissenschaftler, kosmische Geheimnisse in einem neuen Licht zu betrachten. Man fragt sich, wie diese neue Perspektive auf schwarze Löcher aus früheren Universen unser Verständnis des Ursprungs des Kosmos und seiner Möglichkeiten verändern wird. Diese Aussagen von Tyson lassen die Tür zu fantastischen Möglichkeiten und Erkenntnissen darüber offen, was hinter den schwarzen Löchern unserer kosmischen Vergangenheit stecken könnte. Diese Entdeckung, die von Neil deGrasse Tyson vorgeschlagen wurde, war der Schlüssel zu einer großen Veränderung in der wissenschaftlichen Welt. Die Vorstellung, dass schwarze Löcher im bereits existierenden Universum als Spiegel für die Entstehung unseres Kosmos fungieren, eröffnet neue Wege der Forschung in der Astrophysik. Diese Entdeckung hat eine Unzahl von Hypothesen und neuen Ideen hervorgebracht und die Wissenschaftler dazu angeregt, ihre wissenschaftliche Erforschung des Kosmos fortzusetzen. Sie hat uns dazu veranlasst, darüber nachzudenken, wie sie unser Verständnis des Universums beeinflussen und zur Entdeckung neuer Technologien und Methoden zur Erforschung des Weltraums führen könnte. Tyson hat als führender Astrophysiker Ideen vorgebracht, die unsere Sicht der Realität auf den Kopf stellen könnten. Diese Entdeckung hat Wissenschaftler dazu ermutigt, neue Horizonte der Forschung zu erkunden und die Tür zu einer Welt voller Möglichkeiten und erstaunlicher Entdeckungen in der Wissenschaft zu öffnen. Jede neue Entdeckung im Weltraum ist immer unglaublich aufregend und eröffnet uns neue Perspektiven für unser Verständnis des Universums. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass wissenschaftliche Entdeckungen sorgfältige Tests und Begründungen erfordern. In diesem Fall hat die von Neil de Grasse Tyson angekündigte Studie über schwarze Löcher im früheren Universum viele Fragen unter den Wissenschaftlern aufgeworfen. Tiefergehende Beobachtungen und die Analyse der Daten des Webb-Teleskops erfordern Zeit und Sorgfalt. Die wissenschaftliche Gemeinschaft diskutiert und testet diese Hypothesen aktiv, um die Gültigkeit dieser erstaunlichen Entdeckung zu bestätigen. Die kollektiven Köpfe der Wissenschaftler bemühen sich, diese Theorie zu bestätigen oder zu widerlegen, um wissenschaftliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die wahre Bedeutung der Entdeckung liegt nicht nur in den Daten selbst, sondern auch darin, wie diese Daten interpretiert und durch weitere Forschung bestätigt werden. Nur durch wiederholtes Experimentieren und Überprüfen können wir der Wahrheit näher kommen und die Struktur des Universums besser verstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020